Herzlich Willkommen zurück Freunde der gepflegten Leger Unterhaltung. Meine Güte, was für ein langer Satz, noch so einen langen Tag. Tobias ist noch hier mit seinem Monster-Prix. Ja, hören Sie es. Es nimmt Konturen an. Es nimmt Formen an, genau. Tütchen 8. Her damit. So ist es. Schauen wir mal. Solange noch Platz auf dem Tisch ist. Nummer 1. Nummer 3. Da kommen noch ein paar Türen. Keine Ahnung. Pass ein bisschen mit dem Mikro. Ja, verteilen wir es. Nummer 9. Unsere Uhrintsgenomen wurde es. Ja, das hat er in der Luft gelegt. Tja, dann kommt er weg. Dann kann ich die Laci aufbauen. Dann ist er flavon. Dies ist wieder eingedruttet. Recycling Trittsackling! Mit Elan! Mit Elan, oje. Können wir das noch ein bisschen nach hinten schieben, bitte? Ja, können wir. Ein bisschen gemeinsam. Wie Schulz sagen wir. Oh nein. Nicht schlimm. Weil nur Offenwand. Ja. Das ist aber schlecht, weil ich Hyperspeater verrenne. Ich hab keine Ahnung, wieso das nach Hause kriegt. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Dann bleibt es dir. Ich muss mir einen netten Nachbarn suchen, der mir das hochträgt. Sonst wäre das nicht. Dann muss ich es einfach runterkriegen. Das ist kein Thema. Geh mal Fenster auf, mir lenkt den Pfeil raus. Und weg. Es liegt runter, genau. Im wahrsten Sinne. Es liegt. Uiuiuiui. Haben wir aber am Start gedreut? Jo. Ich weiß, warum nichts mehr hier. Haben wir ja auch. Ja, ja. Die Teile rennt. Die Teile rennt und rennt. Ja, dich auch. So. Ein bisschen sortiert. Wie ist das denn? Keine Ahnung, was wir jetzt bauen. Wir bauen das jetzt. Alles. Das sieht nach Endleben aus. Irgendwas. Irgendwas. Ach ja. Ich kann das auch mal hier. Ach so. Ja, du darfst mal. Ich darf nicht mehr. Wir hätten noch Zeit, aber nein. Der hängt in kalten Wasser. Mann. Friss. 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 Du bist draußen. Nein, mir geht's gut. Draußen geht der Sturm. Ja. Er hat das. Äh. 4, 8. 4, 8. Jetzt sehe ich hier auf 1000 Momenten sicher hier. Da ist das. Das ist echt viel gerade, ey. Sondern die stabilen Anrufe macht mir das ja doch nicht. Nee, noch nicht. Kommt noch. Da kommt so ein riesen Deckel da drauf und dann hältst du das Bombe. Ja, wie ein 1, ja. Ja. Wo war das noch? Weil wir uns so sicher waren, nicht sicher waren, dass das jemals fest wird. Das war auch ein Set. Bei fast allen Modellen ist das so. Ja. Bis dann hinterher alles ineinander überzahnt. Das stimmt. Das kommt erstmal beiseite. Hallo. Sollt euch mal reinzoomen, sonst seht ihr nicht was wir machen. Ich verfrage hinterher was machen, wie denn da. Oh scheiße, seh mal. Da, 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 da. Haben wir mal die Foto gemacht, klar, ne? Ja, von oben hab ich gemacht. Gut. Gut. Ich füße das nicht mehr mit. Pff. Ich musste ja schon mal direkt. Genau. Das glaub ich gar nicht aufgefallen. Das glaub ich gar nicht aufgefallen. Äh, ne. Falt rum. Jetzt muss man wieder auffassen, dass man immer die richtige Spitze nimmt. Ja. Ja, schau mal. Ja, schau mal. Ja, schau mal. Aber, wie die Rettungskapseln sind. Also, für die Rettungskapseln. Man kann's nicht sagen. Also, sag ich jetzt einfach mal so. Ich hab keine Ahnung. Bei der Enterprise könnte ich vielleicht noch mitrechnen. Aber bei denen. Ja, das stimmt. So. Das kommt da. Ein, zwei. So. So. Oh, ich bin wieder. Ich darf was tun. La, 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 la. Ne, das ist das gleiche Teil. Okay. Die Dinger sind ja schon häufig vorhanden, ne? Welche? Mhm. Das stimmt. Naher fehlt wieder eins. Nein. Ne, ich soll wieder. Da ist schon wieder so eine Kunststadt. Ah, die hab ich auch noch nie gesehen. Da ist das. Mh, mh, mh. Noch für zwei Dinge. Willst du sehen, wie das Licht angeht? Wow. Na, la. Ein Leuchtturm. Tja. Ja, ich darf nicht viel machen. Du darfst nicht viel machen. Ja, guck, nur drei kleine Sachen. Ja, das war jetzt auch nicht die Welt. Ja. Aber dann geht's wenigstens voran. Sie ist doch mal so. Ähm. Genau, andersrum. Ja, dann korrigier mich doch. Gerne. Ich wollte nur, dass er was zu tun hat. So, weißt du, dass es so klappt. Okay. Alles gut. Klappt es jetzt besser? Hier? Wesentlich. Ähm. Jetzt muss ich selbst gucken. Wo ist unser vorgebeutet? Da. Da. Und dann kommt das so rum. Kann man so rum. Mhm. Das ist jetzt super. Ja, finde ich auch. Das sieht so mal sinnig aus. Was wir hier bauen. Wahnsinnig ist das. Ja, wahnsinnig ist das auch. Ja, wahnsinnig ist das auch. Ja, wahnsinnig ist das auch. Wahnsinnig. Ja. Ja, das war's schon. Ja. Das kommt irgendwo hin. Die Fallzeit einfach mal nach unten. Ja. Irgendwo da unten hin. Da kommt das. Was ist das? Ja, auf. Ja, siehst du? Ja. Das kommt sogar in den roten rein. Ja, weil da ist ja nichts zum stecken. Ja, unten in den roten. Ja, dann wir haben doch trotzdem nichts zum stecken. Unten in den roten. Ja, dann guck halt. So rum. Ja, mach. So rum, weißt du? Nö. Ich weiß gar nicht, was das sei. Oder? Ja, genau. Auf der Rückseite. Die sind doch verrückt. Wieso kommen die denn jetzt damit? So rum, dass es so die Spitztruhe ist. Aber wo? In welchem Raum? Hier. Sicher? Ja. Der Fall zeigt doch hier runter. Das ist ja die Ecke. Das ist die Ecke. Keine Ahnung, wie das passen soll. Aber du wirst dir das angucken und sagen. Das ist doch ganz einfach. So. Jetzt siehst du. Haha. Entschuldigung. Nehmen wir mal was raus hier. Aber. Irgendwie in den roten, hast du recht. Aber der ist doch so rum. Ach klar. Passt das denn da rein irgendwie? Ja, das Problem ist, man sieht das nicht. Ne, das haben sie echt doof gedacht. Also man muss schon wirklich anheben. Weil sonst. Also Thorsten. Passt das denn? Hm. Ich wollte es ja nicht mehr anfangen. Ich mache es hier in der Mitte, wo ich weiß, dass es alles fest ist. Weil sonst. Weil der Rest ist mir zu unseher. Weil der Rest ist mir zu unseher. Es ist eine Frage, wie rum. So rum. War es fast nicht. Und du bist sicher da? Warte, ich blätter noch mal. Kann ich jetzt so auch nicht sehen, weil das Licht schüttelt auch schon. Nein. Also besser wäre es auf der Seite. Wenn ich es rumdrehe, ist das? Da links. Da links. Da rechts. Ja, lassen wir erst mal. Könntest du aber recht haben? Komm. Lassen wir erst mal. Komm. Könntest du aber recht haben. Wir wollen erst mal weiter. Ist mir zu unsicher. Könntest du aber recht haben mit, dass das die andere Seite ist. Wir wollen erst mal so machen. Weil wenn du das umkippen würdest, dann wäre das ja auf der Seite. Hält dich. Deswegen ist der Pfeil ab. Ja, vielleicht erklärt sich das durch den zweiten gleich. Hoffentlich. Hoffentlich. Machen wir was halt. Erst mal nicht dran stecken. Ja, nein. Zwei frei, zwei zwei, zwei frei. Das war ein langer, gelber. Du hättest einen Schrank mitbringen sollen, wo wir das reinstellen. Interne wäre es einfacher zu tragen. Wie groß sollte der Schrank sein? Oder eine Platte oder so. Eine Vitrine wäre nicht schlecht gewesen. Irgendwie sowas. Das hat ja auch einer angeboten. Eine selbst gebohrte Vitrine, wo die reinpasst. Oder wir stellen das tatsächlich irgendwo auf eine Platte. Vakuum, wo wir was finden. Das müssen ja nur die Füße drauf passen. Der Rest ergibt sicher. Hm. Jetzt kann ich hier aber auch. Nein, nein. So. Wenn ich jetzt auch nicht verrückt mache. Nein, nein. Hier. Das muss rüberstehen. Da muss das so. Du machst ja jetzt schon um Transport zu sorgen. Wir haben den nicht mehr fertig abgebaut. Ja. Gib mir mal das Teile drüber bitte. Du wirst ja eh noch zu garen. Ich. Geil noch. Das sieht halt so aus, weil das hier unten ist. Siehst du das? Du musst einfach so rum. Mach du da. Ich weine nur. Naja, das kann auch nicht anders sein. Mach nur. Ne. Das ist ja in alles nicht böse gemeint. Dann kann ich mich konzentrieren. Ja, deswegen will ich das erst später machen. Weil man das nicht genau definieren kann. Vielleicht wie beim zweiten. Hast du ja recht. Thorsten. Was mich dann irritiert ist, dass die Spitze nach außen zeigen muss. Und das geht nur da. Das geht nur da. Werte ich. Vielleicht ist es doch da. Boah. Da kann man halt schlecht sehen. Da muss halt hier in den roten rein. Ja, genau. Das ist aber sehr intelligent von Leben. Tja, da muss man hier in den Fegerspitzen für zeigen. Nein, das bitte. Machen wir. Ja, ich guck mal was das ist. Thorsten. Das geht gar nicht in den roten. Doch, es geht in den roten. Das habe ich ja gesehen. Der da unten ist. Das ist der roten. Ja. Ähm. Ja, warte, warte, warte. Siehst du? Warte, warte. Da kommt noch was dran. Die sind ja auch echt schlau. Guck. Das, was schon dran ist, da soll noch was dran. Aber man soll es vorher schon unten dran montieren. Ja, richtig. Wie unloge. Ist das sicher denn aber geklappt oder? Ja. Warte, war noch Feuer. Ich habe gedacht, das wäre schon nur für die zweite Seite. Uh. Moment. Was? Siehst du das hier? Das ist neu. Das habe ich ja hier, ne? Ja. Das soll dann da noch bei, oder? Das soll hier bei, genau. Also einfach nur hier so dran. Okay, das ist ja hier. Das ist nochmal separat. Oh Gott. Das lassen wir. Wie gesagt, das kommt erstmal so. So, jetzt die Seite. Machen wir gleich. Wie gesagt, wir drehen das einmal um und dann fertig. Das kannst du nicht umdrehen. Doch. Das bringt uns uns 50 Milliarden Teile. Du kannst das vielleicht einseitig annehmen, aber nicht umdrehen. Doch, wenn du das, das ist ja nicht ganz eben, aber fast. Da ist gar nichts eben. Hier ist ein Pin, da ist ein Pin, da ist ein Pin. Wie willst du das denn umdrehen? Hier, da sind fünf Ebenen. Das hat doch nicht hin. Ja, okay. Oh mein Gott. Mission complete. Ja. Wahnsinn complete. Wie gesagt, das legen wir erstmal bei Seite und gucken dann später. In zwei Jahren. In Zukunft. Die sind ja gut drauf, ey. Ja, das hatten wir vor den... Also hier könnte man es theoretisch machen, weil hier kann man es sehen. Schauen wir mal. Hier kann man es sehen. Ja, das Problem ist, vor den Platten kannst du es nicht machen, weil wenn du das dran hast, kriegst du die Platten nie wieder ab. Weil sich das gegeneinander verkeilt, allerdings ja. Welche Platten? Diese hier. Naja. Aber das ist ja der Rechtern runter. Das ist der Rechtern runter. Da ist der Rechtern runter. Da hätte man halt mit den Platten zusammen das für festlegen. Was mich nur irritiert. Ja. Hier macht das gut gehen, aber da nicht. Weil der rote deutlich niedriger ist auf der Seite. Ja. Echt? Ja. Kann ja nicht sein. Dann musst du ja gleich dieb sein. Ja, aber nicht. Ja, aber nicht. Oder er kommt dann tatsächlich hier hin und hier kommt sowas gar nicht hin. Kann natürlich sein, dass das da gar nicht hinkommt. Ja, man muss ja, ne? Warten wir es mal ab. So in 10 Stunden wissen wir es. Ja. In 10 Stunden müssen wir das alles falsch gemacht haben. Genau. Also mal. Da unten kommst du auch nie wieder bei. Wusstest du ja auch mal. Sonst wäre ja da kein roter Pfeil. Dass man es da anbringen soll. Ja, find dann mal den Fehler. Das ist auch der Grund, warum das von nicht dran gesteckt. Kriege ich das, weil das nicht so tief ist. Ach, hör auf. Nein, das ist so. Die Platten, die stören sich nämlich. Ja, aber das ist doch hier alles auf einer Höhe. Ja, das schon. Das stimmt doch. Naja. Ich sag ja auch nichts. Ich weiß ja nicht, warum das so ist. Ich sag nur, dass es so ist. Aber es ist alles richtig. Hey. Thorsten. Alles ist richtig. Alles wird gut. Wir haben ja zweimal, dreimal kontrolliert. Bevor wir es reingesteckt haben. So. So. Das kommt nun vor. Okay. Dann mal dreimal. Vielleicht klärt sich das Weg gesagt mit den zweiten Leder. Ja. Ich bin positiv optimistisch. Ich auch. Immer. Bin Optimismus pur. So. Ich darf was machen. Du darfst was machen. Ich kann hier weiter machen. Was mach ich in die Linie. Was mach ich in die Linie. Bam, bam, bam. Ja. Bei dem. Bei dem. Selbst braucht ihr viel Geduld und Nerven. Ja. Und den zweiten Mann. Das hat er verloren. Richtig. Und viel Zeit. Wer viel Zeit. Achso. Das kommt da drauf. Das muss man ja nicht sagen. Das sollte man lassen. Ja. Danke. Danke, 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 danke. Okay, danke. Hier ein frei. Dann hier ein. Ich bin gerade hier. Naja. Also zwei Schritte noch. Bleiben sie ruhig. Ich halte das sogar noch ab. Gut. Ähm. Sechser. Ne, ja, doch 3, ja, statt So, ähm Das Und ein flacher 3, ja Also meinen Teil kriegst du mit Wo ist das? Das Gegenstück Ja Wo soll das hier dran? Das kommt wieder seitlich Das kommt wieder bei dir seitlich Lieber einander dann auch Ach da, ja, ich sehe es Ja, genau So, das heißt jetzt für mich Ich brauche einen langen Einer, sowas hier Dann brauche ich sowas hier Also langsam glaube ich Wenn man irgendwas zubaut Ist denen egal welche Farbe da drunter ist So kommt das manchmal vor Da kann ich das auch vor Hätten sie auch Kalkgrau nehmen können, ja Das ist falsch, der muss holen Ja Der Ja, und so eine Platte kommt da noch hin Ja, ja, leg mal hin Danke Nett Ja, das war halt jetzt auch hier drunter Also da drunter Auf die andere Seite halt Wo das hier ist Oder? Warte Naja Lass mal liegen Lass mal liegen Lass mal liegen für später Aber hier sieht man halt besser Guck hier Da sieht man halt Dass es hier drunter ist direkt Ja, wir bauen es ja jetzt nochmal Nein, das siehst du ja jetzt hier Nicht, was ich sehe Hast du noch so eine Würde für? Ah ja, hier Alles klar Ja, den wollte ich gleich haben Ich wollte erst den hier Welchen? Den Ja, den 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 hier Genau Danke Danke Jetzt müssen wir gleich dran setzen Weil das kommt bestimmt irgendwie da drauf Oder dran Oder was auch immer Hier sind andere Platten Okay Ach, der steigt dann über Okay Naja, der Steigt immer Das war nicht ganz klar Vergiss nicht hier dieses Also, heute bin ich noch nicht Doch, da willst du jetzt Ja, jetzt Genau Ja, mit der Ruhe Ich weiß, was hast du? Ich weiß, was hast du denn da drauf? Ja, ich weiß, was hast du denn da drauf? Ich weiß, was hast du denn da drauf? Ja, genau Ja, genau Ja, genau Dann hab ich auch schon gesagt Da Uiuiuiui So, lass uns mal das zurückdrehen. So, was hast du vor? Ich nehme die Figuren einfach mal an der Seite, ja? Ja, ist okay. So, jetzt kommt das halt, siehst du das Bild hier? Guck. Da sieht man halt, dass das hier um die Kurve ist. Also da unter den schwarzen, unter denen. Das ist aber der falsche, der ist zu lang. Musst du den nehmen. Nein, guck mal, was ich meine. Hier hast du noch drei über, wenn du es so siehst, hast du zu viele über. Dann musst du den anderen nehmen. Nimm doch den, den du da liegen hast. Ist das das Gleiche? Nein, der ist im Spiel verkehrt. Wenn du den so dran hältst, hast du die drei hier. Ja, genau so wie hier. Deswegen wollte ich ja das Bild so liegen stehen haben. Ja, das ist schon gar nicht dran. Der andere kommt auf die andere Seite. Ja, genau. Das kommt dann halt... Ne, das kommt da, wo die... Da, genau. Ne, da kommt der dran. Ja, genau. Weißt du das so, oder? Ja, richtig. So, jetzt ist die Frage, wie das hier dran kommt. Weil hier hast du... Kein Platz, das hängt nicht. Kein Platz. Aber wenn du das hier rein... Also da, weißt du, was du meinst? Ich hab noch ne Vermutung, aber... Ich glaube hier zwischen, aber... Das passt auch nicht. Das Einzige... Haben wir noch ein Teil? Das hier, ne? Ja, das ist genauso blöd. Das Einzige, was sein kann, ist, dass der Raum niedriger hängen muss. Ach, hör auf. Nein. Ich hab doch extra gefragt, ob die E-Reihe oder die E-Reihe. Das ist aber eigentlich gar kein Problem. Weil das hängt ja nur an zwei... An den beiden... Und an den beiden. Ja, aber das kann ja nicht sein, dass es... Doch, das kann sein. Da geh ich nämlich fast von außen. Aber dann... Nein, nein, der ist korrekt. Das ist doch dann die gleiche Höhe. Weißt du, was ich mein? Ich bin eben momentan nicht auf gleiche Höhe. Das ist nämlich das Problem. Doch, sie sind auf gleiche Höhe. Nein! Im Moment sind die Unterschiede nicht hoch. Na, komm doch was. Siehst du das? Jetzt kommen wir hier nämlich eben. Ja, okay. Ich hab dich ja noch gefragt, ich... Ja, ich hab doch keine Ahnung, warum das... Warte mal. Ah! Jetzt komm mit mir nicht dazwischen, sonst dreh ich gleich am Rad hier. Weil du machst dann wieder was, was ich nicht sehe und... Nein! Genau das wollte ich vermeiden. Alles gut. Der muss da runter. Da runter. Das war's. So, machen wir ihn zuerst fest, dann kann der schon mal nicht mehr weg. Und der. Okay. So, jetzt sieht die Geschichte nämlich schon ganz anders aus. So, jetzt krieg ich... Jetzt krieg ich aber den Buschen nicht mehr drauf. Jetzt... Ja, das ist wegen dem Widerstand her. Ne, ne, das ist schon gut. So, ist okay. Jetzt macht das Sinn. Machen wir mal kurz gucken. Ja. Jetzt sind sie auch selber... So geht das. Jetzt müssen wir nur die Richtigen an die richtige Seite packen, dann ist das okay. Okay. Ich bin ja schon dabei. Mhm. Ja. So passt dann, ne? Perfekt, genau. Ja. Bei mir machen wir das so geschützfederlechtig. So, und den, den ich gerade gebaut hab, der ist für diese Seite hier. So. Gibst du mir mal den anderen? Dann guck ich, dass ich den hier rein krieg. Das muss dann... Lass es einfach so stehen. Ja, wegen Tränen, dann kann man es einfach so sehen. Nee, da brauchst du nichts drin. Ich komm, ich seh das gut so. Der muss weiter runter, weiter runter, weiter runter. Moment. Bei den roten muss er es rein. Ja, deswegen ist die Lücke da. Deswegen ist die Lücke da, genau. Deswegen ein bisschen hochhegen? Ja, eigentlich brauchst du nichts hochhegen. Oh Gott. Ja, da ist er drin. Jetzt. Jetzt ist er drin. Nee. Du hast den nicht in ein Loch rein gehabt. What? Ja, ich hab das gesehen. Das fühlte sich aber gut an. Das Problem ist... Nein, 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 nein. Nein, Thorsten, nein. Was, nein? Sag mir, was ich anders machen soll. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Nimm den lieber. Weil die Spitze muss nach außen zeigen. Und das tut sie dabei nicht. Ja. Das passt aber so. Weißt du, was ich meine? Das passt hier so rein. Wenn du es reinpasst, dann mach es. Ich hätte das jetzt anders gesehen. Ich hab das jetzt so gesehen. Weil... Du hast das Problem, dass das halt... Weißt du, was ich meine? Aber das muss so rum, ne? Ah, warte. Ne, oder muss das so rum? Kann ja nur in eine Richtung. Ne, kann ja nur so rum. Das muss so rum. So. Ne, so rum, ne. Ja, doch. Na. Weißt du, warum? Guck mal hier, von mir. Die Pinne müssen raus zeigen. Guck mal von mir, bitte. Ja, aber die Pinne müssen raus zeigen, nicht rein. Siehst du das? Die Punkte gucken nur raus, nicht rein. Das muss auf den Kopf. Aber du siehst nicht, was ich sehe. Guck mal bitte. Von hier. Das ist halt, dass man hier sieht, dass das hier ganz ist. Weißt du? Und wenn du das halt hier hast, das passt zwar hier zwischen. Aber dann passen die Pinne für nicht. Weißt du, was ich sehe? Das ist kein Problem. Das muss aber auf den Kopf. Siehst du? Die gucken raus, nicht rein. Die gucken... Du deckst das ja ab. Weil das ist das, was rausguckt hinterher. Das ist von unten, ja. Genau. Richtig, weil deine Füße auch unten sind. Mhm. Hm. Tricky. Aber dann pass das halt mit den roten wieder nicht hier. Noch tiefer kann das nicht hängen. Wo war der? Ja. Ja. Ich mach ja da irgendwas ab, was ich vielleicht nicht mehr muss. Ja. Das ist echt ein Ding. Das passt... Wie gesagt, das passt da eh, aber... Das stört dann hier. Weißt du? Das... Ja. Irgendwie sieht dieses Teil überhaupt nicht so aus, als würdest du da dran gehören. Ne, warte mal, wie ich das lossehe. Du meinst das hier, ne? Überhaupt. Das sieht komplett falsch aus. Richtig. Richtig. Sehe ich genauso jetzt. Genau so ein bisschen man sich das vorstellen. Vielleicht haben wir auch beide einen Denkfehler. Vielleicht kommt das... So... Weil hier ist dieser Arm, siehst du das hier da? Hier fehlt auch das Bänkchen das. Irgendwie. Das ist... Ah... Wir haben beide einen Denkfehler. Das steigt ja gar nicht durch. Ich... Ich schon. Das ist schön. Komm, deine Beine fällt vom Kopf. Das kommt hier nämlich so. So. So wie ich jetzt habe. Siehst du das? Nö. Wenn du weißt, wie es reingeht, mach... Ich hab grad keine Ahnung. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber die Frage ist, wie man es verfestigt hat. So rum. Deswegen habe ich ja gesagt, am besten umdrehen. Weil... Ja, aber das kannst du nicht umdrehen. Ich meine, das wäre natürlich cool, ja. Aber wie würdest du das machen? Du kannst ja keine Auflagefläche und nichts. Ach... Ach man... Lego... Das ist aber saudoof erklären. Wenn man es einmal hat... ...hat man es. Lass uns erstmal die andere Seite. Vorsicht. Ihr will außerdem der Dreier wieder. Ist der wieder abgegangen? Bestimmt. Vielleicht geht die andere Seite leichter. Da und der kommt... Man muss so scheiße um... Das ist doch cool. Die sind überhaupt nicht symmetrisch, die Teile. Sind es auch nicht. Das ist ja das Coole darin. Aber eigentlich sollten sie das so, oder? Nein. Ah, jetzt habe ich das auch falsch gemacht. Ah, Mann. Ah, scheiße. Entschuldigung. Ist alles gut. Flohen ist erlaubt. Es kommt so. Weißt du, so. Und dann kommt das da drauf. Ja, wie gesagt. Wenn du weißt, wie es geht. Maren. Schon dabei. Gut. Der Helm wieder. Typisch. Ich und den Helm. So. So. Dann ist das eben noch rein der Ebene. Siehst du das? Ja. 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 Wenn du dann dabei bist, such dir einen aus. Ich weiß nicht, welcher da jetzt dran kommt. Der muss so rum. Genau. Da muss er nämlich genau so. 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 Symmetrisch da drin. Aber wie machst du den fest? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Oder fehlt ein Teil? Ja. Ne. Das muss. Das muss. Das muss hier hin. wo ist das rum. Das ist kacke. Okay. Ne. Der kann es nicht sein. Kann es auch nicht sein. Ah, die Beine. Ja. Da fehlen nur noch diese Spitzen nach. Ja. Das kann es nicht sein. Ja. Irgendwer stimmt es eben eben nicht. Wo war das dran? Du fass mich was. Krass dich hier entladen, ne? Ja genau. Deswegen hat das nicht gepasst. So. Aber warum ist das hier nicht auf einer Ebene? So wie da. So, jetzt fehlen nur noch diese Eckteile. Ja. Der ist glaube ich falsch, oder? Guck dir den mal an. Das passt auch so nicht. Hast du den fest gemacht? Ja, ich habe es mal versucht in den roten, aber das passt ja nicht. Vielleicht kommt da noch was. Ne, der sollte ja direkt hier abschließen. Ja, aber was ist ja... Das ist absolut falsch. Aber hier steht doch, guck, an rot befestigen. Siehst du das? Ja, steht da. Wenn wir den weiter rüber ziehen, geht das überhaupt? Wie meinst das? Den hier. Der weiter rüber, dass der hier dran deckt. Ja, das habe ich ja auch gedacht. Aber dann fließt das ja nicht mal hier abwendig. Muss es ja auch nicht. Muss es vielleicht auch gar nicht. Blätter nochmal um bitte. Dass wir das fertige nochmal sehen. Da. Weil hier ist ja... Das ist ja auch nicht bündig dran. Sonst wird das ja ja weitergehen. Optisch. Das tut es ja auch nicht. Ach, Mann. Dann kann ich das wieder auch machen. Ach. Aber es geht gar nicht anders, ne? Ja. Ja, wegen der Vierer. Die Vierer sind ja auch fixiert, wo sie sind. Oder habe ich die falsche Seite hier? Ja. Ja, klar. Das bleibt anders rum. Das bleibt einfach mal so rum da dann. Wie so rum? Ja, dann ist das nämlich auch bündig nach unten. Siehst du da? Ja, aber... Na, komm. Aber die, die, die... Guck, das, das zeigt doch noch unten. Ja, tut's doch. Ach so. Weißt du das? Und die, das, das ja auch. Das hier. Die Punkte. Deswegen habe ich das doch rum. Dann kommt der auf meine Seite. Und der kommt nach drüben. Ja. Ja. Hast du noch was? Wo sind sie jetzt? Ja, genau. Dann wird auch... Ne, dann wird auch kein Schuh rum. Doch. Verlierer. Bei mir aber nicht. Bei mir ist richtig. Dass es absolut nicht bündig ist. Das ist doch toll. Ne, ist es nicht. Guck dir vorne die Ecke an. Die muss auf einer Höhe sein. Ja, aber... Das sieht so gut aus. Vielleicht haben wir hier die, äh... Platten falsch dran gemacht. Weißt du? Die... Die grauen. Dass die einen höher müssen. Aber das haben wir doch richtig gemacht, oder? Mittig. Bitte schaltet wieder ein, wenn's hier heißt. Wir bauen Lego. So. Wenn du die nämlich eine höher machst, oder zwei, dann ist das ja wieder bündig. Weißt du, was ich meine? Ne. Weiß ich grad ehrlich gesagt nicht. Die. Die Platten. Aber das ist ja Quatsch, weil das ist ja richtig. Wir haben das ja schon richtig gemacht. Ach man. Zu kompliziert für uns beide. Wir sollten schlafen und morgen nochmal versuchen. Ja, wir können aber nicht so, wenn ich nochmal so lange machen. Ich hab Frühstück, ja. Dann... Ich hab nicht hin. Das ist gleich in grün. Lass es bitte mal kurz. Lass mich nur mal kurz überlegen. Ich muss halt umdrehen denken. Umgedreht denken. Die sind dann oben. Ne, die sind dann oben. Ja. Logisch. Die sind dann oben. Dann nimmst du es mir immer wieder weg. Das nervt. Nein, du musst es ja umgedreht denken. Ja. Die sind dann oben. Ja, ja. Dann denk ich jetzt aber nicht. Ich denk mir das so. Die sind dann oben. Also meine... Deine Pinappel brauche ich bitte. Ja, ich bin dabei. Ja. Ja, dann passt es doch, ja. Ja, sag ich. Ja, man muss nur überlegen. Dann ist es auch bündig. Dann ist es aber wieder nicht auf derselben Höhe wie vorne hier. Aber vielleicht muss es das auch nicht. Nicht ganz, ne? Millimeter. Ja, das ist mehr. Aber das sieht man auch hier. Das ist auch ein Millimeter dazwischen. Nein, das mache ich jemand hier. Mit dem hier vorne sitzen. Ach so. Da muss es ja nicht. Da muss es ja nicht. Also das heißt nur noch... Hör doch die eine Ecke jetzt, oder? Die eine Ecke. Vorsicht mit den Füßen. Du kannst es nicht einfach drehen, Jungen. Dafür ist es zu schwer geworden. Ach man, warum nicht? Ja, weil gleich macht unter dem Mast hattest du mein Fuß. Ach scheiße, Füße. Das ist aber böse. Aber wie hast du das jetzt hier befestigt? Keine Ahnung. Einfach reingeschoben. Einfach reingeschoben. Einfach reingeschoben. Ja. Welche Ecke ist denn das? Das müsste ich jetzt noch mal sehen. Das denke ich meine so. Das ist dieser Arm. Ne, das ist auch so. Allerdings sollte das bündig abschließen und das tut es nicht. Richtig. Das ist es. Das heißt, wir setzen uns einfach mal da hin. Ach, hör auf. Ne, das passt aber auch nicht. Das passt auch nicht. Hä? Wie sieht das denn jetzt aus? Wie sieht das denn jetzt aus? Falsch sieht das aus, weil ich es einfach rüber geschoben habe. Na mal wollen einfach. Wissen nicht. Das stimmt ja hier. Der Arm. Der Arm stimmt ja. Der ist ja auch hier. Richtig? Ne, den habe ich ja gerade rüber gesetzt. Der kann ja nicht. Das ist das hier. F Ron! Wрах! Ja! W rehabilitation! Wach! Wach! Die Katze ist tot! Ja, Robin! Die Katze ist tot! Die Katze ist tot. Da stimmt aber nicht. Er ist richtig, was ist das so hin? 3 frei, das da war, wo ist dieser 2er, nein, keine Ahnung, du hast ja heute alles das hast du doch alles fertig schon, das, genau, das habe ich, alles gut, jetzt kommt der Arm, ich gucke ja gerade, ich überprüfe ja gerade das und hier, weil der Arm soll bündig mit dem Grauen hier abschließen, das tut er nicht, das 3er, den haben wir vergessen, siehst du, der geht schon los, haben vergessen, den flachen 4er, 2 frei und dann kommt dieser flache, lange 4er, wo ist der, hallo, der muss ja bei dir sein, der war ja alles da gerade, aber jetzt nicht mehr, wo soll denn da hin, da, jetzt fehlt noch das, oh Gott, ist mir jetzt egal, mein Gott, und das darf nicht sein, was du da machen, das darf nicht überstehen, warte doch ab, ne, das siehst du auch hier schon, das ist nicht überstehen da, ja, das ist einfach zu lang, muss den Kürzern haben, das sind doch 4, 5, 10, 4, 5, 10, das stimmt, okay, und der muss halt hier rüber stehen, dann steht er auf der anderen Seite, dann wird das ja kein Problem sein, hier, jetzt ist das klingt bündig, siehst du das, das war der Fehler, kleine, aber große Wirkung, wenn du es gleich reingesetzt kriegst, da bin ich froh, so, siehst du, nein, mach einfach fest, mach es einfach dran, so, jetzt passt das auch, make it, make it again, make the millennium fight me again, make America fight great again, so, jetzt, mal gucken, das war nicht Gott, schade, ich dachte schon, das macht irgendwie Klack, ja, Klack hat's gemacht, aber, bisschen zu viel, wie war das jetzt, großartig, schaltet wieder ein, wenn es hier heißt, basteln mit Tobi, das ist ja nicht viel Koppeltrückung, irgendwie war das, kleiner Wirkung, große Schaden, herrlich, so, hier war der nochmal dran, steckst erst rein und dann dran, doch, da, so, so, würdest du vielleicht annehmen, dann ist das besser, dann sehe ich auch was, so, was ich mache, ja, komm schon, wieso geht das nicht, ich verstehe das nicht, tausendmal kontrolliert, tausendmal gerührt, das ist schon richtig, das geht nicht, das musst du so, oh Mann ey, dir gewählt aber nicht, irgendwas ist falsch, soll ich nochmal dran, was, was meinst du denn, was Hahn, das passt da irgendwie rein, das kann so gerne versuchen, ich hab den Kaffee aus, 20 Minuten nur zum reinstecken, hallo, ja, das ist, warte, ich will das einmal drehen, sonst sehe ich es nämlich nicht, das passt halt mit dem Teil da nicht, ja, genau, aber das muss so sein, das ist so, hab ich hier jetzt nochmal auseinander und nochmal auseinander das ist halt wegen dem da, das ist halt wegen dem da, noch tiefer kannst du ja nicht hängen, hast du ja selbst gesagt, weißt du was ich meine, das stirbt dann, ja, genau, so ging es mir auch, ja, I see, I see, I do, I do, ach, das ist auch klumpert, das ist das da, das ist alles rum, richtig, wer ist das bei den anderen, die Leute fragen hier mal noch, ne, da muss ich noch, ne, das stimmt, gehen wir halt über mich, ja, das stimmt doch nicht, jetzt hab ich den Kaffee auf, jetzt brauche ich dir ein neues, ja, sonst so wird ja nichts, irgendwas ist da vorn, ich weiß nicht was, aber irgendwas ist da vorn, ja, na, stimmt ja, ja, ich, Problem, ne, mach, completo Mido, ok, was das schön war, ja, das ist mir jetzt echt zu, manchmal muss es eben mummsamt, wir wollen zurück, das ist wahrscheinlich irgendeine Gleichkeit, die wir einfach zu doof sind, zu finden, ist das der Arm, oder, ein anderer, ne, das ist der, sieht glaube ich zumindest so aus, der sieht schon mal richtig aus, ja, so, jetzt wollen wir die Talien nicht suchen oder was, die sind schon mal da, und wenn gleich ein Teil fehlt, dann wissen wir, das ist der Fehlhaber, lass es bitte, komm, ja, ich mach den nur aus dem, ja, da brauchst du jetzt nicht so, ja, wenn dann richtig, ja, ja, wissen wir, der bleibt doch auch dran, der kommt da oben drauf, ist doch richtig, ne, der kommt da eben nicht, der kommt unten drunter, hör auf, der kommt oben drauf, der kommt unten drunter, oben drauf, nein, hab ich jetzt den Falsch aufdeckt oder was, nein, du hattest den Falsch gesetzt, so kommt der nämlich, ja, halt dich doch, ne, war er nicht, da war der noch dazwischen, ach, hör auf, nein, ist so, Mann, hör auf, ne, ich hör gar nicht auf, ich fang ja jetzt an, Hilfe, so, das sieht zumindest schon mal ganz gut aus, ja, so sieht das gut aus, so, dann kommt da der dagegen, dann drehen wir das um, dann kommt da der hin, der ist schon, der kann da bleiben, und da kommt dieses Dreieck, vergesst du das nicht? Sekunde, ich hab sowieso was vergessen, ja, ne, den hab ich doch drauf, und was, der ist nicht der noch? Hä? Ach so, also, doch, schon ein Viertel mal gesehen, den hab ich vergessen, und den, grauen, der ist dran, okay, der ist da ran, so, jetzt wird's interessant, jetzt kommt dieser Würfel, der ist genau bündig, das ist bündig, nur einen frei, und dann kommt der nächste, dann kommt der nächste, genau, okay, blätterst du einmal um bitte? Ja, aber gerne, jetzt kommt der andere an, so, rumdrehen, welcher kommt jetzt zuerst? ne, ne, der andere. Mhm, genau, der, gegen guckt. Du musst das schon so indenken, dass du, nicht durcheinander kommst. Ja, ja, das ist grad gar nicht so einfach. Wenn man schon durcheinander ist? So, der muss einen rüber, der muss einen frei bleiben. dann kommt der Bursche hier dran, der Bursche hier dran, dann kommt halt das Gegenteil, genau, was ist da oben? Aber umgedreht. Umgedreht. Also so, oder was? Ne, das ist ja auch wieder, ne, das ist so. Ne, da muss schon. Deswegen sag ich, der kommt mir schon komisch vorher. Aber das ist der Richtige. Tag mal weiter. Ne, das ist der Richtige, pass auf. Ja, genau so. Der war falsch dran, ne? Ja, genau. So, jetzt kommt der Bruder, kommt jetzt hier dran. Dann kommt der hier dran. Das ergibt Sinn. Wo kommt der dran? Der kommt da drauf. Der kommt auf den... Jetzt erkenne ich grad nicht, wo das hinkommt. Hier außen, oder? So, jetzt müssen wir aufpassen. Ne, drunter, 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 drunter. Der bringt's halt schon an. Dieser, der kommt da drüber, und dann da drunter. Genau. Bündig. Bündig, genau. Das ist so ne Liebe. sehr genau. Oh, stimmt. Haaget. Schnee. Flocke. Das ist heute Nacht friert. Gute Nacht. Ja. Hab ich ein Problem. Warum sind hier zwei Teile über? Auch interessant. Ne, äh, ein Teil kommt der hier hin. Das ist der Dreier. Und der? Ja. Und der? Trimm mal um. Der ist über. So, und jetzt versuchen wir den ganzen Spaß nochmal. Oder? Ja. Nein. Ne, vergiss es. Aber wir haben die Ecke immer noch hier. Ja, ja. Aber die ist ja richtig. Was heißt die ist richtig? Aber eines kannst du das halt nicht machen. Das ist irgendwas toll. Du kommst mit der Höhe nicht hin. So ist es. Aber hier steht genau, dass man es halt da reinstecken kann. Du kommst mit der Höhe absolut nicht hin. Die Höhe passt hier noch vorne nicht. Und du kommst niemals bündig mit dem Teil. Oder du hast das Teil wieder falsch rum dran. Dass das oben ist. Dass die Punkte oben sind. Weil wenn du das oben drittst, sind die wieder unten. Das sieht aber gleich hoch aus. Bin ich immer schuld? Nein. Das ist doch nur eine Idee. Ich will die ja nicht spüren. Das sind ja auch alles nur die. Dann muss halt hier. So, siehst du? So. Dann muss halt wieder einen höher. Ja, aber das geht nicht. Weil ein tiefer geht es nicht. Dann muss ein höher höher. Ein höher geht es auch nicht. Nur ein höher. Siehst du das? Willst du das mal kurz weg? Nimm den mal kurz weg. Nein, das Ding nimm mal kurz weg. Du kannst das Zimmer nicht einen höher hängen. Weil dann passt der nämlich wieder nicht. Der Rote. Den roten höher hängen. In der Mitte. Oder wo hängt der dran? Der Rote. Weil der hängt doch auch da dran. Der Rote. Nur der Rote in der Mitte hängen. Verstehst du, was die waren? Wenn das geht? Das weiß ich nicht. Habe ich gerade nicht hier im Blick. Weil von vorne gesehen waren die Roten auf einer Ebene gerade. Das ist die einzige Lösung, die geht. Dann machen wir so. Ja. Jetzt habe ich gerade verflucht. So. Jetzt ist es mittig. Dann guck, ob es so passt. Hm. Ne. Ne. Das gibt's doch nicht. Da muss genau einen runter, ey. Das war die einzige Möglichkeit, die mir dann gefallen ist. Ne, das war auch nicht irgendwas du da machst. Das haut nicht hin. Weil dann hast du den anderen Kratsch nämlich im Weg. Siehst du das? Weil da ist diese ganze, diese ganzen Platten sind dann hier im Weg. das ist nämlich genau das Problem, das wir gerade haben. Das ist nämlich genau das Problem, das wir gerade haben. Und dann ist da genau ein drüber. Genau ein drüber. Oder? Da wo es vorhin war. Wo es vorhin war, ja. Ja. Scheiße. Machen wir es denn so andersrum. Hm. Wollte ich gerade schon falsch machen. So. Ach. Richtig so. Mhm. Ja, anders geht's ja nicht. Geht ja nur andersrum. So. Andersrum. 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 Da muss nur das verteibte Ding hier rein. Und zwar außen. Äh. Komm schon. Das geht aber nicht. Ich muss... Das geht aber auch nicht, oder? Doch, das geht. Ich trickse. Wenn's hilft. Ich hoffe. Ich hoffe, es geht, was ich denke. Ist das auf einmal höher? Nee, ne. Aber... Das geht auch nicht, ne? Weil da was drin ist, oder? Ja, da ist was drin. Scheiße. Mann. Komm, wir lassen's einfach. Wie hattest du das denn vorhin? Wir lassen sein, weil das hat keinen Sinn. Ja, was heißt lassen? Das Z hat keinen Sinn. Ach, das ist wohl Blödsinn. Wo waren die jetzt drin? Wo waren die schwarzen drin, Tobi? Ganz genau. Wo waren die drin? Die waren innen drin. Also... Ganz außen waren die. Die waren innen drin. Ganz außen. Ganz außen, ja. So. So. Ist vorbei. Der Tobi geht auf. Wenn der Tobi aufgibt. Hast du schon was? So. Der ist dran. Ein bisschen im Pussebiss halt echt. Ohne Scheiß. No. Wir haben's. Ja, hör auf. No, ich hör nicht auf. Versch mich nicht! Ja, tu ich nicht. Wie denn? Keine Ahnung. Auf jeden Fall passt es jetzt. Frag mich nicht, warum es jetzt passt. Auf jeden Fall passt es. Äh? Frag mich nicht! Jens, da ist es so wie ich soll. Das ist ein Moppen, ey. Das ist so wie ich soll. Bevor haben wir. Das ist so wie ich soll. Bevor haben wir. Oh je. Sollen wir die Lütze noch fertig machen und verärmen für heute? Wenn nicht, machen wir Heiligabend. Der kommt auf die Woche nicht an. Ja. Dann lasse ich es so lange hier stehen. Geht das dann? Ja, klar. Ich baue nur die Sachen ab. Aber das macht ja dann. Dann machen wir morgen noch ein, zwei Tüchchen und dann ist gut. Wenn du auch. Lass den Kaffee schon auf. Ja, es ist einfach. Weißt du, du. Ich weiß, es ist frustrierend. Es ist echt frustrierend. Hat nichts mit dem Zett zu tun vielleicht, oder? Du versuchst das stundenlang das richtig zu machen. Und du? War es einfach so? Hallo? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich hast du mir jetzt noch den Stein des Anstoßes gegeben. Der Rest war einfach nur Zufall. Das haben wir ja gemacht. Ja, dann sind wir jetzt eine Seite weiter. Hier. Hier waren wir auch. Hier waren wir. Das haben wir. Alles gut. Sicher? Ja, ja. Mach mal weiter. Weil das müssen wir jetzt bauen. Genau. Und zwar zweimal. Dann sind wir doch wieder an unserem Element. Endlich wieder bauen. Nicht tüfteln. Das war jetzt aber ultraschwer. Wobei zeitig sind wir dann auch ganz gut mit dem Tüttchen. Das haben wir schon längere gehabt. Aber wir haben jetzt ewig diskutiert darüber. Ja, das macht es dann so komisch. Töne Nervenaufräumen. Das hat echt Nervenaufräumen. Ist das? Für Kinder habt's wird. Genau. Papa, ich will damit spielen. Nein, das ist jetzt schon ein Fehler. Also wenn ihr das zu Weihnachten schenkt. Verkauft es. Verkauft es wieder. Das hat keinen Sinn. Ihr macht doch nur mehr Frust damit. Ja, jetzt gibt's keine Freude. Keine Weihnachtsfreude. Oh Gott. Nein, aber es ist toll. Das ist halt wirklich schön. Ich rede dir das nur ein. Umso empfehler ich das ankommen, umso besser wird's. Das ist nicht so toll. Das sieht doch schön aus. Wenn's fertig ist. Ja, da musst du wieder auffassen, ne? Wegen den... ...denen hier. Ja. Ach ja. Da war nur die Falsche gerade. Ist das nur ein Dreier? Ja, ist ein Dreier. Ja, das muss man wieder auffassen. Ja, da war ich auch. Das ist einfach so schön. Das muss man vielleicht auch noch mal sagen. Aber warum? Ja, da war ich auch. Auch am Frühjahr, aber ich hab's nicht. Wie ich das hinkriege, weiß ich nicht. Ist vorbei. Ich sag dir wieder so nicht. Ich hab's dran. Dann ist doch alles gut. Mein Herz. Oh, Herzlach. Oh, Schmerzlach. Es ist nichts für schwache Nerven. Stell mal vor, du machst auch so lauter Wut, alles kaputt. Wirklich, weil du nicht mehr weiterkommst. Nein, ey. Du bringst das Set in der Ehe ein. Ah. Ja. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Hä? Ich hab schon wieder Bock mit was gebaut, siehst du? Bring doch wieder an. Komm, es geht schon wieder los. Batsch. Also, ich hab's so weit. Ja, aber irgendwas stimmt wieder wohl mir nicht. Ich hab eher den Schritt übersehen oder wieder übersprungen. Oh, ist halt nicht so ein Negativ. Bin ich aber. Nicht so ein Negativ. Da fallen dir schon Sachen aus Ohren. Komm, mich an den Kopf und fachs weit raus, einen Lego-Stein. Wie sag ich euch? Ich hab einen Stein übersehen oder übersprungen, weil... Irgendwas hast du ja falsch gemacht. Das ist korrig. Sag ich doch. Wir bauen noch mal auseinander, ist okay. Bin ich gewohnt. Oh. Und wo kommt der an dich her? Wieso ist der da? Ja, wegen da. Ach so. Den hab ich komischerweise gern. Ja, siehste. Eins, zwei, drei. Dann passt meiner nämlich auch nicht, wenn ich das nach deiner Logik hier mache. Wieso? Dann passt das doch. Bei dir passt das. Ja, und warum passt das bei dir nicht? Weil du irgendwie alles falsch gemacht hast. Du hast zu viel Platz hier unten. Ja, was haben wir gelernt? Neun machen ist klüger manchmal. Ja, war ja so mein Werk. Mach meinen Picasso kaputt. Ach, der Tobi ist nicht mehr zu gebrauchen. Nee, heute nicht mehr. Machen wir gleich schon. Das Tütchen noch zu Ende und dann schmeißen wir's weg. Also. Uiuiuiui. Ich hab kein Bett. Im Schlafsack. Ja. Da gibst du dir jetzt was. Achter, ne? Jep. Von 17. Mhm. Puh, da brauchst du wirklich noch nen ganzen Tauntag. Deswegen das machen wir dann zu Weihnachten. Am ersten oder so. Ja. Und am zweiten. Und den Rest. Ja, wir können ja auch heiligabend noch ein Tütchen machen. Und dann am ersten zu Ende machen. Dass wir dann halt nochmal nen stressigen Tag. Trotzdem freue ich mich drauf. Ja, das ist doch alles nichts Schlimmes. An dieses Wochenende brauch ich nem Wochenende frei. Ich muss mich erholen. Verpasst. Vor ein bisschen Lego bauen. Vor ein bisschen? Was the hell is that? Ja, morgens haben wir ja vielleicht schon auch nen Tütchen. Oder zwei. Ja, ein, zwei schauen wir morgen schon noch. Deswegen, da machen wir kurz. Der hatte ich schon vor mir seitdem. Ja, dann gib hey. Mann, frag nicht doch. So hättest du übrigens aussehen sollen. Ja, guck dir genau an. Guck hier mehr. Damit ich was lerne. Guck es dir an. Oh Gott. Oh nein. Aber doch. Oh mein Gott. Muss ich ja aufbauen, oder? Kannst du wieder auseinanderbauen? Ich muss das ja tun. Alles gut, Geschenk. Geschenk bitte niemals. Jetzt muss man sich halt arbeiten. Da, da, da. Wo ist denn? Der Kraut start da. Versuchen sie das da. Ich hab ihn. Ich kann das ja auch unter der Woche selber zeigen. Gebrochen. Wehe. Nein, so fies bin ich nicht. So fies bin ich keine Ahnung. Du, Tobi, ist fertig. Was? Kannst dein Set abholen. Genau. Per Prime. Genau, ich schick's per Amazon. Genau. Lagerplatz. Wo bist du heute? Ich schick's dir hoch. Schön orange. Orange, long bottom, orange. So, das kommt jetzt wieder andersrum. Und dann... Wieso passt das nicht, wie ich denn bescheuere? Bei mir passt es. Das ist auch der Stein, oder nicht? Der muss da dran, das passt. Oh, den hab ich noch nicht. Das passt aber so gar nicht. Das ist der verkehrte. Da muss der hier rein. Wieso das verkehrte? Ja, ja. So, der muss da rein. Das ist aber... Ah, jetzt passt das komisch. Bin ich blind hier. Bin Betriebsmann. Wir sind dann aber selb. Ja, dachte ich mir schon. Deswegen hab ich gedacht, du sprichst ihn mal drauf an. So, und was soll denn jetzt? Das soll jetzt halt dann... Was? Ja, an den roten. An welchen roten denn jetzt? Hier und wo? Aber so rum halt. An den... Dazwischen. Also in den... Also in der Ecke und in der Ecke. Siehst du das? Nee. Tut mir leid, ich sehe nichts mehr. Welche Ecken denn? Der Ecke und der Ecke. Ja, unten drunter, oder was? Unten drunter. Sind die bescheuert? Ja. Also meine kommt... Hier hin? Oder nicht? Nein. Ja, vor allem wo? Ach, da rein. Jetzt sehe ich's. Ach, du liebes bisschen. Ja, aber es hat die Frage, wo welche Ecke hin? Ja, ist doch egal. Es ist ob symmetrisch. Wir haben noch beides dasselbe gebaut. Hä? Ja. Aber dann müssen wir halt welche die richtigen Ecke nehmen. Wie? Geht so eine falsche? Ja, sicher. So rum. Genau. Nee, so rum geht schon mal gar nicht. Das orangen rum... Hier sieht's noch mehr raus. Das ist ja so. Das nimmt keiner nicht. Also... Gucken. Da... Nee, der muss so rum. Der muss so rum. Und dann halt... So, dass das... Schwarze... Ja, aber das sieht komisch aus. Irgendwie sieht das komisch aus. Kann nicht stimmen. Oh, ich hab's doch an. Ja, aber guck mal wie das aussieht. Ja, sieht gut aus. Der sieht gut aus. Fertig. Feierabend. Ja, der muss sowieso dran, genau. Siehste? Warte, ich schieb was dagegen. So. Fertig. Das hängt einfach nur da rein. Vier Stück müssen da. Eins... Ach, zwei drauf, oder was? Zwei drauf, ja. Dann kommt da noch einer drauf. Tach, ansonsten nicht scheitern. Zeit wird merkwürdig, aber... Bisschen ist gut. Oder soll das da drüber hängen? Nee, kann ja nicht. So, jetzt noch mal zwei mal. Komm. Oh, come on! Diesmal machst du auch richtig. Schiff, mach ich richtig. Hahaha. Diesmal machst du richtig. Ah, ich werd mit dem Gelam. Das wäre noch mal ein langer Paar. Tschakka, ich hab das. Tschakka, ich schaff das, sagt er. Immer einen junglichen Leichtsinn. Sag ich sowas. Mit deiner leichtsinnigen Lingenblächter. Ja, langsam zieht es sich, ne? Ja, so nach zehn Stunden kann man auch mal durchschlafen. Also das Hauptquartier und so, das hatten wir alles so in diese Zeit dann fertig. Ja, schon längst. Nö, zehn Stunden haben wir da auch schon gebraucht. Schon längst, wie gesagt. Schon längst. Hm, das ist das. Richtig gucken, richtig gucken. Das ist ganz wichtig. Du auch. Richtig gucken. Naja, ich hab grad schon... Ja, genau. Wieder irgendwas in der Hand gehabt. So, so ist besser. So macht schon mal ein bisschen mehr Sinn. Ja, aber, hä? Achso, wieder falsch, ja. Geht's schon. Ja, aber das geht doch nicht. Ich mach wieder den gleichen Obdessenfehler. Finde ich gut. Ich nicht. Nicht. Ich hab eine nur noch lustig. Danke. Haben Sie Spaß mit Tobis. Ich vergesse immer, dass da das hier ist. Ja, so ist gut. Mann. Kann doch vollkommen. Alles halb zu schlechten. So lange es mir aufhört. Vergesst du den zweier, denkst du? Ne, ne, hab ich schon. Diesmal hat er. Ich glaub, er hat den schon. Und schon wieder, dass es nicht gleich ist. Warum nicht? Ich hab keine Ahnung, was du machst. Ja, aber ich hab doch alles zugemacht, wie es ist. Offensichtlich nicht. Bitte denken Sie nicht. Oh ja. Äh. Ist mir jetzt egal. Ah, ich mach das jetzt, wie es mir gefällt. Ich will ja einen grünen Namen. Okay. Warum hab ich hier eine Lücke? Warum? Ich kenn's. Jetzt reifeln. Ich brauch jetzt auch noch mal. You drive me crazy. So. Ganz lang. Oh, wo ich das blind hinkriege? Ich glaub's ja nicht. Ah, da gibt's schon was, oder? Da sind's. Ne, da musst du hin. Tut mir leid, aber. Ach, gar nichts. Tut mir leid. Ich hab schon wieder ein Brett verkauft. Hör auf. Ich werd da nichtsuber genießen lassen. Und dann geh dann und das so weiter finden. Wie ne, wie ne, wie ein Brett Myers. Wie ne, 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 wie ne. Klappdäsch. So schnell, bis es richtig ist. Wenn das jetzt immer morgen ist. Ui. So. Trunk. Mal gucken, wo der hinkommt. Kannst du überlegen, ob man den da drauflegen soll? Kannst du nicht drauflegen? Naja, dieses schiefe Teil auf diese Bank. Sinn machen wir jetzt. Dann würde er nicht so runterhängen. Welche schiefe Teil? Das da. Ob man das da drauflegen muss. Welche schiefe Teil? Das hier meine ich. Das? Ob man das da drauflegen muss. Genau andersrum meinst du? Naja, ob man das einfach nur da drauflegen muss. Als Stütze, damit es nicht so runterhängt. Das ist nur so eine Idee. Ich weiß nicht. Ja, wie gesagt, andersrum. Dann hält er das. Ich will das verhalten. Ja, dann wäre wieder alles kaputt. Nee, lass mal lieber. Das ist doch auch andersrum. Bei mir ist es andersrum. Ich hab's andersrum drauf. Warum? Ja, damit das hält. Das hat wahrscheinlich genau diesen Grund. Ach. Mann, Thorsten. Mähm. Jetzt krieg das mal wieder da. Arbel Amongst du bist. Schuss mal auf. Nein. Gernot, was das nicht gedacht? Ja. Es ist etwas zu stellen. Ich weiß nicht, dass das besser ist. Aber ich weiß nicht dass es all das ist. Aber ich weiß nicht, dass es all das ist. Also ich weiß nicht. Da bin ich noch nicht. Ich weiß nicht. Aber ich weiß es nicht. Das ist mal wieder. Hast du es? Ja, ich darf es. Es geht schon an, ja? Was mache ich denn hier? Ich kann doch schon halten. Nee, ich hab doch schon alles. Nee. Hä? Oh nein. Das will man nicht hören als Lego-Bauer. Wie gesagt, es wird Zeit. Es kommt die Zeit, der das wünscht. Auch die Zeit. So. Jetzt wieder umdrehen, hab ich. Dann kommt zwei Dreier. Eins. Zwei. So, jetzt bin ich auf Ende. Hättest du ruhig zweimal schon bauen können. Ich wusste nicht, ob das richtig ist. Sendenz mich verbrüffelt. Und dann haben wir X wieder gelesen. Wer sonst? Und dann hab ich mir gedacht. Ja. Komisch, jetzt nehmen wir blaue hier. Das ist auch strange. Nur zur Farbe. So. Ja, auf einmal. Sieht doch hinterher kein Schreiben mehr. Doch. Ich. Ich seh das. Das ist irgendwie Willkür. Nein, das ist es nicht. Keine Willkür. Hä? Wo ist das denn? Ja, das ist mir? Das ist ja rätt. Ahhhhhhhhhh Was ist das? Ich habe auch hier an die grauen hier gesehen, den hier. Wo kommt der denn da? Achso, ja klar mit dir. Ja klar mit dir. Hallo, Meisterbauer. Wo ist meine Hose? Der passt besser als der hier irgendwie. No idea what is wrong. Aber das stimmt schon wieder hier nicht. Oh nö. Wieso? Oh yes, Archie. Kein Fehler? Ich wüsste nicht wo. Bei mir passt alles. Ach Tobi. Was machst du denn? Das sieht doch wirklich aus. Das kann jetzt wieder überall liegen, das Ding. Ja, vielleicht schon in der Platte siehst du hier aus. Ne, das ist korrekt. Das sieht so aus. Weil ich habe genau dasselbe hier. Hier sieht es falsch aus irgendwie. Aber ich bin mir nicht sicher. Was meinst du? Hier oben die Ecke. Hier oben die da, ne? Das stimmt. Das stimmt. Vielleicht schauen wir da, was verkehrt hier mal. Weg damit. Wer braucht das schon? Wer hat meine Schütze? Ich nicht. Ist das denn eine andere? Das sieht schon mal gut aus. Das ist schön. Wie war das jetzt? Reiß alles ab und geht. Das ist richtig. Das ist richtig. Das sieht dann. Ich gehöre hin. Du hast die Wette drüber. Das war richtig. Sicher? Und wie kommt das jetzt hier rein? Genau. Hä? Hä? So. Er ist dann derselbe Stein gewesen. Nö. Warum nicht? So. Wie war das hier oben? Kommt das hier irgendwie drauf? Ich habe keine Ahnung. Oh, oh. Ja, das war irgendwie. Ja, so. Glaube ich. Gucken wir uns gleich an. Gleich ist gut. In drei Wochen gucke ich dir nochmal an. So. Die vier habe ich auch. So, und die kommen dann wohin? Deiner kommt da vorne rein. Das muss man sich bestimmt so wieder rein machen. Gucken wir uns gleich an. Nee, nee. Ich weiß noch, wie es hier ist. So. Mehr ist das irgendwo nicht. Sitzt schon wieder dran. Genau. So. Nö. Andersrum. Also. Mehr rum vor allem. Pfff. 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 Ja, wach. Das hat ja kein Problem halt. Thorsten! Ach. Muss er aber wieder drauf. Mach das mal fertig. Ich weiß das nicht. So, oder? Ich weiß nicht. So. Ja. So wie das hat. Das war gut. So, machst du das jetzt noch 20 Mal. Pfff. Ja, Puffe. Das wird doch wieder nicht. Ich weiß nicht. Ja, du musst schon. Du bist richtig, ja? Ja, halt das dagegen. Pfff. Ja, so habe ich es auch. Sieht halt ein bisschen cool, oder was? Es schliebt halt in der Luft. Da ist ja auch nichts. Doch, ist schon nichts. Sind die den zweiten? Ja, ich weiß nicht. Ja, darf ich auch so welche. Du auf die Teile hast du nie, ne? Ne, aber trotzdem finde ich den einen nicht. Hast du den gekriegt? Ja. Ja, der ist auch schon. Aber in halben Stunde schon. Oh Mann, ey. Ist doch so einen hier, der hier oben schon drauf sitzt. Ja, ich weiß was du willst. Chavin, Chavin. Nee, nee. Chabib, Chabib. Ja. Ich lege mal immer dahin, wo das ist, ja? Ja, leg mal was du meinst. Nein, damit du was machen musst. Ob ich das noch machen, weiß ich noch nicht. So, das ist das Bild. Das ist das Bild. Außer halt dann nur catchen. Catchen. Catch me if you can. Da sind noch so viele Teile übrig. Ja, da kommt wieder noch eine Seite. Hm, da kommt hier oben drin. Ich hab da oben auch noch nichts. Das muss da auch noch drin, oder? Ja, mir geht da die Konzentration nimmt ab, ey. Ja, logischerweise. Da mach schon nix da. Dann mal umdrehen. Also gleich. Was ist das denn? Wie soll das denn hier dran? Oder so? So muss das, okay. Jetzt, wie gesagt, umdrehen. Dann kommt der dann oben. Oh. 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 Ja, was kommt dafür? Wir wollen hier reinfummeln. Was da reingedrückt ist, alles. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie das an den Namen hört hier. Wo ist der Zahn da? Ja. Hm. Da ist der zweite drin. Der zweite drin. Der zweite drin. Wo brauchst du den denn? Für die nächste Seite. Ich muss ja mal gucken, wo das hinkommt. Ja, das kommt. Ja, wenn du weißt, wohin. Rein damit. Das ist immer einfach, aufzugeben, ne? Ja, klar. Du weißt, es ist auch nicht die ganze Zeit. Ja. Was kommt da halt hinter hin? Ähm. Ja. Okay, irgendwo. Pass auf dem Loch. Ach so. Ja. Kriegst du das hin, oder? So. Temel abdecken. Ja. Strange, aber gut. Das ist halt so. Ja, mit Blättern mal runter können wir weitergehen. Ja, da sind wir auch in zwei Dach. Deswegen sind so, habe ich schon gesagt. Halten, halten, halten. Nur zu nehmen. Gut, ich mach ein bisschen aus. Mach ich jetzt auch. Ich mach wieder Fehler. Ich bin ja geschert schon mal an. Ich weiß ja alle Schuld schon mal von mir. Ach, ich dachte wir hätten schon Mitternacht, haben wir ja noch gar nicht. Ne, noch nicht ganz. Ist ja noch Zeit für zehn Tütchen. Hm, genau. Genau. Ja. Sag ich da mal zu. Wir lassen ganz schön nach, wenn ich dir mal sage. Wieso? Irgendwann schon mal deutlich fütter. Ja. Ja, wie gesagt. Wenn das für anstrengend ist, halt. Du musst halt laut aufpassen und dann Konzentration halt. Dann suchst du Fehler. Dann suchst du Fehler und nochmal Fehler und nochmal Fehler. Das hat er eben auch aufgehalten heute. Aber echt. War sowas dann. Und dann musst du halt gucken, wie du das jetzt dran machst. Aber warum das hier unten auf einmal passt, habe ich keine Ahnung. Ich auch nicht. Weiß ich. Du fummest eine halbe Stunde und dann auf einmal Bäm. Es soll einfach so sein. Ja, irgendwie. Irgendwie. Ja. So, das Ding. Das ist ja immer wieder so viel. Da fehlt noch was. Ja, da wird doch noch was kommen. Hoffentlich. Für die andere Seite. Die kommen wahrscheinlich auch noch. Also. Da kommt was auch noch was bestimmt hin. Einmal umdrehen. Das und. Wo ist das Gitter da? Das zeigt nach oben. Das kommt jetzt. Über die andere Luke. Über die andere Luke. Aber ohne dieses. Ohne Display. Jetzt muss ich gucken. Wie rum. Aber hä? Ich habe schon wieder was übersehen. Sie sagen. Gut, dass ich das jetzt sehe. Aber wann kommt das dran? Was ist denn? Alter. Dieser Arm. Dieser. Den sieht man auch ganz schlecht. so. So. Da werde ich genau hinkommen. Dann gucken wir mal hier rüber. Ohne. Kannst du das noch einsetzen? Ohne. Kannst du das noch einsetzen? Also. Eine Seite. Die anderen folgen noch. Da kommt noch ein bisschen was. Ich blätter schon mal ein bisschen. Und baue schon mal da. Das ist eine hervorragende Idee. Das ist eine hervorragende Idee. Da habe ich dir schon gesagt, dass es nur manchmal hervorragende Idee ist. Manchmal? Manchmal. Aber nur manchmal. Haben Frauen? Eine hervorragende Idee. Nein, du kannst das Leben nicht. Nein, du kannst das Leben nicht. Nein, du kannst das Leben nicht. Ein klein bisschen Augehören. So geht das. Also. Wenn du. Wenn wir sowas anfangen, dann richte ich. Aber nicht um die Uhrzeit. Doch. Die Texte. Rezensieren. Wie heißt das Wort? Klauen? Genau. Geht immer. Klauen geht immer. Sagt YouTube. Und sperrt den Kanal. Ja. Genau. Wir haben zu viel Spaß. Das geht nicht. Müssen wir sperren. Was ist das jetzt für eine Konstruktion? Sind die denn bescheuert? Sieht cool aus. Ja, aber man weiß überhaupt nicht, was man hier machen soll. Ja, doch. Bauen. Bau einfach. Ach. Das ist schon mal falsch. Das ist auch falsch. Den brauche ich auch nicht gehen wollen. Bei dir bricht wieder alles noch an, oder? Nee, ich habe ihn nur fallen lassen. Ich habe ihn nur fallen lassen. Ich habe ihn nur fallen lassen. Das ist doch nur fallen. Ich habe gerade einen Schreck gekriegt. Ja, aber wenn du nicht weiß, was du machen musst, kriege ich einen Schreck. Ich darf den letzten Telefonhörer auslegen für heute. Hä? Ich könnte gleich Lisa noch anrufen. Mal gucken wir die da. Ja, genau. Nach der Session. Du, die ist nachts eh lang, oder? Echt jetzt? Ja. Die geht manchmal dann pennen, wenn ich aufstehe, wenn ich Frühstück habe. Okay. Hä? Dann schreibe ich immer guten Morgen. Nee, 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 nee. Nein, dann antwortet sie, keine Ahnung, um halb eins oder so. Hm. Sag ich so, wenn du mich besuchen willst, muss das aber anders laufen. Ja, ja, dann ist das ja kein Thema, sagst du. Ja, ja, da hat sie auch nichts gegen. Sie weiß ja, wie ich es meine. So ist es. So wie es ist das. Ich habe schon lieb hier meinen. Nein, Frauen müssen das schon. Dann wecke ich dich hin, Mann. Und wie, das wirst du nicht sagen? Ja, richtig. Das sieht man dann erst, wenn es so weit ist. Genau. Das ist verkehrt. Hast du mir was geklaut? Ich habe, ich habe alles. Ich weiß nur gerade nicht, was die hier von mir wollen. Ah, Frauen und Schwarzen. Okay. Was wollen die hier? Was denn? Wo bist du da? Das soll nach unten. Gott, das müssen die auch beischreiben, ey. Bitte den Stab nach unten richten. Das ist das hier oben. Ja, jetzt hör bloß auf, mir wieder rein zu pfuschen, Mann. Pfusch ich ja nicht. Doch, du pfuschst hier rum, ey. So, das war's, Welt. Da kommst du nicht durcheinander. Hä? Nix, hä. Hörgereizt. Was machst du denn? Ja, ist vor allem schon. Hä? Das ist ein Loll. Helmsperrwitzel. Ich brauche noch mal einen Hörer. Da ist ein Hörer. Da ist ein Hörer. Und der hinten, oder? Wir haben auch genug zu, Hörer. Um die Uhrzeit vorhin. Wir sollten das mal live streamen. Ja, genau. Kann nicht, ich habe bloß keine Technik dafür. Genau, live streamen. Meine Kamera ist nicht... Aber das ist ein Freinutzfeld. Ich aue. Sicher sowas. Und es wird erst aufgehalten, wenn es fertig ist. Ja. Wieso hier? Ja, du wirst doch nicht, wo du hin willst damit. Ich aue. Ja, dann mach es doch hin. Das kommt auf dem Loch hier gegenüber. Und zwar... Ich verstehe den Sinn von dem Ganzen irgendwie nicht. Das ist eine Optik. Hm. Da ist doch eh ein Deckel drauf hinterher. Nein. Nein. Da kommt kein Deckel drauf. Und der hier? Warte doch, der ist noch nicht fertig. Wie, der ist noch nicht fertig? Ja, der ist fertig. Ja, ich konnte ja nicht alles sehen. Oh, was ist denn los mit dir? So, das habe ich. Dann einmal umdrehen. Wir brauchen nur zwei Schritte, wie immer. Und der? Den hast du vergessen. Wo denn? Wenn du mal da hörst, heißt ich habe Blödsinn. Ja, du hast es vergessen. Der passt genau über das Loch da. Lass mal gucken. Ich brauche das Ding gar nicht. Hör auf. Ist doch. Der Anleiter steht ja nicht drin. Doch, da steht er drin. Ha! Habe ich ihn drin? Ich habe ihn auch drin. Da ist er. Und da. Ist er nicht. Und hier? Und da? Also, alles richtig. Ja, aber warum ist der rüber? Weil du... Da ist ja nichts immer. Ich sehe ihn immer noch. Wo? Komm. Hör auf. Lieber erstickig, als in falscher Scham zu versinken. Jetzt komme ich wieder durch. Alter, Alter. Oh, Leute. Das ist heute richtig hardcore. Wisst ihr denn eigentlich? Ne, das wissen die nicht. Für die, die jetzt noch dran sind. Ihr habt echt einen Ohren verdient, ey. Nicht nur einen. Oh, wow. Ja, scheiße. Entschuldigung. Irgendwie so entschuldigt sind die für scheiße. Für scheiße entschuldigen wir uns nicht. Doch. Wir sind aber zumindest schon mal über die Hälfte. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Wirklich. Vielleicht schaffen wir seit morgen noch 100 Seiten. Nach 200. Na, das wird schon eng. Wobei, das ist ja auch nicht so viel. So 100 Seiten gehen schnell weg eigentlich. Gehen schnell verladen, wenn man keine Fehler hat. Aber was ist hier mit den... Haltest du die hier? Ja, die brauchte ich nicht. Die hab ich auch nicht. Da. Oh. Ich kann auch nicht sein so. Wie kann man das überstehen? Ja, wo kommen die Taten? Ja, sag ich mir irgendwo. Pack's doch einen. Oh, fuck's doch mal. Pack's doch mal drauf. Nein, nein. Wenn dann richtig. Ah, da oben. Das ist ja schon Sinn. Nein. Bei der ersten Inspektion kurz vorm ersten Flug liegt der Dinger drin. Nein. Das krieg ich noch nicht mal TÜV. So. Das kommt einfach her. Ja, 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 ja. Das wird dann da drin gemacht. Mhm. So. Und den guck ich gleich noch offline nach. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der übrig ist. Hast du den dann selber genommen? Ja. Hier hab ich den einen. Den hab ich auch drin. Ja, und die davor, die zwei Luken? Der hat den drin. Der hat den drin. Guck mal, ob der zweite Rad dran muss. Da kommen zwei dran. Der hat noch zwei. Der hat zwei. Das ist korrekt. Und da ist ein dritter. Ja, der ist auch da. Hier sind zwei. Hier sind zwei und da ist ein dritter. Der ist auch da. Ja. Der ist aber da. Ja, und der hier? Ja, da war das nicht. Das wissen wir. Nee, da waren die nicht bei. Den haben wir viermal gebaut. Merkwürdig. Merkwürdig. Sechs mal übrig, das kann nicht sein. Lego, was ist los mit euch? Was ist los mit uns? So, wir gehen jetzt ins Bett. Vielleicht will ich's nur raus. Mich nervt sowas. So kann ich nicht schlafen. Ja, dann mach ich nicht aus und du guckst noch mal nach. Wir sehen uns bei Tütchen. Nummer acht. Neun. Oder kommt noch was? Was soll denn kommen? Keine Ahnung. Neun. Neun. Nummer neun. Und zweite 256. Die Sache über die Hälfte. Über die Hälfte, ja. In diesem Sinne. In diesem Sinne. Alivideci. Ciao.